Was ist die Gewalt von Migranten gegen deutsche Frauen? Sie geben vor, deutsche Frauen vor Missbrauch schützen zu wollen, aber letztlich geht es nur darum, in rassistischer Weise Stimmung pauschal gegen alle Migranten zu machen. Dabei ist bekannt, die meisten Übergriffe und Gewalttaten gegen Frauen passieren im sozialen Nahbereich der Frauen. Gewalt gegen Frauen hat keine Herkunft, Gewalt gegen Frauen hat ein Geschlecht.